Das Jahr 1985. Handlungsort der Weltraum. Die Story, Ufos bedrohen die Erde. Das ist Gorat, ein Ufo, 600 Mal so groß wie die Erde. Mit Lichtgeschwindigkeit nähert er sich unserem Planeten, um ihn zu zerstören. Alle Bemühungen, dieses Ufo zu vernichten, sind vergebens. Die Tage der Menschheit sind gezählt. Da hat ein Mann die rettende Idee, wenn das Ufo nicht von seiner Bahn abzubringen ist, muss die Erde aus ihrer Umlaufbahn gebracht werden. Ufos zerstören die Erde. So heißt dieser neue amerikanische Science-Fiction-Film, den der große Regisseur G. Wells in 18-monatiger Dreharbeit schuf. Was dieser Film zeigt, kann eines Tages Wirklichkeit werden. Wir sind dabei, wenn das Raumschiff Skyhawk einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, das Ufo Gorat mit Wasserstoffbomben vom Erdkurs abzubringen. In fieberhafter Eile werden am Nordpol Hydrogen-Jetgasbrenner gebaut. Wird der Versuch gelingen? Ein Inferno bricht los. Ufos zerstören die Erde. Auf diesen Film haben sie lange warten müssen. Jetzt ist er da. Demnächst in diesem Theater.